Best in Peace! Gut, ich bin drauf. Okay. Hallo zu Varo. Hi. Oh, ich gehöre als Gast. Hier hat der Timo herausgefunden... Also der Noah. Sie hat herausgefunden, dass der Timo... Die Worte Koordinaten hat gebraucht. Den zu Mo. Vor 5 Monaten. Wow! Ah! Der Typ ist verdammt krass. Okay, wir müssen jetzt so... Folgende Koordinaten. Und zwar... Äh... 60... Nein, ich will etwas beichten. Ah gut, du hast es noch. Fast... Nein, fast... 60... 70... 100... Da! Wo sind wir herren? Ja, und... Dort läuft jetzt. 60... Ja, klar! Wie weit weg bin ich wegen dir? Ich muss einfach 3000 Blöcke laufen. Genau, ja. Nein, aber... Gefühlt. Ah, ich bin voll falsch. Weisst du, schlimm ist, ich bin sogar noch bei Minus. Also... Nicht mehr zu Plus. Waas. tenemos... Ich bin hier. Hier. Da komme ich gar nicht we- Ey, das ist nicht der Ernst. Timo, was machst du Produktives? Nichts. Ich weiss. Ich weiss. Ich frage ja. Könntest du vielleicht etwas machen? Du könntest Apfel farmen. Okay, au au, ich brenne. Fest? Nein, nein. Oh! Schaffe ich den Sprung? Ah! Ich habe Doppel- Oh, fuck. Ich habe Doppel-W gedrückt. Obwohl ich eine Kontrolle gedrückt habe, dann hat sie einfach aufgespritten. Timo, denkst du, du hast eigentlich illegale Aktivitäten? Im Internet. Nein. Nicht. Bist du dir ganz sicher? Wie ich mir da sicher bin? Ich habe auch andere... äh... Kenntnisse. Aber die Lava kommt auf mich. Ich habe auch andere Kenntnisse, Timo. Dann gib mir ein Beispiel. Äh... Ich sage nochmal Darknet. Jetzt warte ich mal einmal. Mann! Ich komme hier nie mehr weg. Ups. Ich bin einfach... Ich bin einfach... Timo, ich fange hier nie mehr weg. Nie mehr. Ich bringe mich jetzt einfach oben und spawnen mit dem Spawn. Genau. Deine Items sind... Ah! Ich stirbe jetzt. Ich bin schon auf die Nacht lang in die Lava gehalten. Oh Gott! Das ist auch Lava! Alter, ich stirbe jetzt wirklich. Ich habe mir noch vier Herzen. Und da kommt Lava auf mich zu. Im Netter. Ah, das ist riskant. Au! 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 Wie viel mit habe ich die Lava abgenommen hab? Au! Ahhhh Ahhhhh Ahhhhh Okay Ich finde mich hier nicht mehr weg. Nicht mehr. Im ganzen Leben. Jetzt ohne Scheisse Timo, jetzt 5 Minuten wegen dir. 20 Minuten habe ich verlor wegen dir. Weil du einfach Müll bist. Okay. Ach. Hä? Ja, in diese Richtung. Aber da ist eine fette Lava. Jetzt gehöre ich noch. Oh nein. Oh nein. Alter, meine lustige ist fast gleich am... Oh fuck. Meine lustige gleich am Arsch. Das ist nicht gut. Ich gehöre so einen Scheiss-Kackfick-Gast. Ich komme hier nie mehr weg. Wegen wem. Wegen wem? Wegen hier. Wegen Baumgründ. Nur habe ich einen Lava-Grabben gemacht. Ja. 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 Jetzt kannst du schon rein. Ich gehöre. Ja. Ich gehöre. Ich gehöre. Ich gehöre. Ich gehöre. Ich gehöre. Ja. Ich gehöre. Warum bekomme ich jetzt schon wieder Schaden? Hä? Oh, da ist ein Hack. Ja. Ich gehöre. Ich gehöre. Ich gehöre. Ich gehöre. Ich gehöre. Ich gehöre. Kannst du noch eine Koordinator sagen? Von der Festung? Ja. Die erste und letzte. Ja. Oh, die haben zwei Gast. Ich bin der erste und letzte Koordinator. Äh, 52 und 100. Da läuft schon mal die komplett falsche Richtung. Die ganze Zeit ist fertig. Wo hast du die Warze gesehen? Äh, ich bin so eine Stange. Normalerweise war es. Ja. Da sind noch Blases. Ich gehöre. Ich gehöre. Ich gehöre. Ah, schau. Wollen wir die vielleicht noch brauchen. Hä? Oh. Was ist die größte Koordinate? Eine 100 Schreie Sie ziehen einfach so eine Reise umweg und laufen Ah, hier geht sie Warum wird es nur grösser? Oh, ich laufe die komplett falsche Richtung Ah, meine Haare sind weg Ich sehe nichts Hör mich noch an Hä, wo hast du die Warze gesehen? Ist das echt die Warze? Ja, kann man sehen Ich wage den Sprung Oh, ich habe wieder einen Fett Noob Ja, ich muss jetzt gegen das Bleistner Aua Ah ja, wir sind so dumm Hä, ich sehe nicht ein paar Dramen und gleichzeitig Festungen Sie sind verdammt hoch Nebenan Scheiße wie ich Oh, fuck Ah Ich sehe eine Blaze Ah, meine Haare sind in den Augen Aber die sehe ich nicht Gibst du dir wieder im Spawn spawnen und dann wegranden Die nächste, die joinen und dann spawnen wollen Also nicht im Nether Ja, ich muss Ich habe einen Netherwarzer gefunden Und einen Place Ich sehe dich Wirklich? Ja Ich brinne Ja, ich habe auch gerade einen Netherwarzer gefunden Äh, ich gehöre einen Place Ich habe jetzt 31 Netherwarzer Ja, gut, jetzt können wir endlich das Zeug machen Wo bist du? Bist du noch bei mir? Äh, ich bin... Warte, bleibst du da? Ich komme zu dir Ich gehöre einen Gas Ja, ich bleibe bei dir Where are you? Hallo Oh 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 Sollen wir einen Sattel nehmen Und dann können wir eine Karotterfischruite machen Und dann können wir aufs Heule reiten Nein Ich schwöre es Wo kommen wir? Wo, wo ist der Spawn? Nun, nun, nun Äh, nun, nun, ja Achso, schau Ich komme in die Lava Es ist eigentlich ziemlich gegen so Und dann kein Block Kannst du nicht schwingen Oh, wo laufst du jetzt? Wo bist du das Portal? Oh Oh Wie wird's jetzt? Ah Ja, ehrlich Ist es richtig? Ja, kann es schon sein Äh, da darf ich dann schon rejoinen, oder? Wenn jetzt gekickt wird Ja, ja, sicher Aber du... Ja, bei mir steht Äh, noch 9 Minuten 20 Ja, noch 1 Minute 49 Ich bin einfach nicht aufstehen Ah, das Portal ist auch über uns, oder? Ja Ja Ich hab das Problem schon letztes Mal gehabt Da ist schon weg Ich bin unfähig Ich weiss Dürftest du von deinen Eltern eigentlich ein Mining Rig aufstellen? Oh Au Au Timo, ich bin... Au Au Ja, ja, kein Kohl drin Ich geh nicht Jetzt schaue ich zu, wie du stirbst Wenn du auch Es geht Oh fuck Ich bekomme einen Huren Schatten Meine Rüstung Au Au Schön Viel Glück dir noch Ich bekomme eine Hure Ich hab doch 5 Herzen Viel Also Viel Schaffen sie 1 Minute noch in der Overworld? Ja Wenn ich jetzt aber... Wenn ich jetzt aber... Ich sehe mich jetzt halt echt die Festung vom Niederportal aus Was sind wir für Loops gewesen? Ja, du hast gesagt ich soll diese Koordinaten gehen Uhhh Ja, du siehst die einfach von hinten aus Weißt du jetzt das Portal? Ich hab ja egal Du, Schlau Da oben Okay, der ist Gast Also in die Overworld zurück. Wie viel hast du noch? Äh, 20 Sekunden. Was hast du eigentlich gemacht dort? Äh, siehst du es da gerade? Ah, cool. Hast du gesehen, auf dem Berg gibt es Lava? Oh nein, ich habe ihn nicht noch nicht verlassen. Oh nein, ich habe ihn nicht noch verlassen. Was? Wo ist der? Ah, hier. Er hat einen gedroppt. Also ich habe bis jetzt fast jedes Mal einen bekommen. Okay, ich brauche schnell meinen Braustand. Das klappt mich jetzt um. Äh, was soll der Braustand sein? Ah, ich schaue mir einfach an, es passiert mir einfach nichts. Ich weiss. Aber in 3 Sekunden passiert mir etwas sehr Schlimmes, Noah. Hilfe! Ah nein! Ah nein! Äh, ich muss schon ein paar Blöcke haben. So. Eins. Jetzt bin ich sicher. Okay, was brauche ich da für das? Ah, wir brauchen... Trank... ...der... ...feuerresistenz. Magacreme. Das habe ich eine. Warum brennt ein Baby-Zombi im Tag? Nein, was ist das? Jetzt muss das drin. Warum brennen Zombies allgemein nicht im Tag? Hä? Das ist selber so, dass man trank... ...und jetzt muss Magacreme trankt auf Fireresistenz. Bin ich, doch, warum? Haben wir eigentlich Redstone? Äh, ich nicht mehr einkade, das sind wir. Scheiss, ja so nicht mehr. Ja, das haben wir schnell gemeint. Grabschurte, Grabschurte, schnell ab. Ja, ich schau mal, was eine Redstone hat. Merci. Nein. Ich habe keine 3 Trank der Feuerresistenz. Local Battery, oder was sagt er? Lokale Batterie? Äh, ich sehe leider keine Redstone. Du, Timo. Du und ich sagst, ob du eine X-Ray hättest, bitte. Ich habe eine X-Ray. Äh, warte mal. Und zwar ist... Genau hier graben wir runter. Äh, komm! Hallo. Hallo. Nein, ich will das hier rein, das geht nicht. Wäh, das ist alles nass. Das habe ich mir ohne uns. Äh, so, was... Ich glaube, es ist der Urn, oder? Äh, Trank der... Trank der, was machen wir noch? Trank der Regeneration. Gas dränen. Hast du Gas dränen? Äh, ich habe zwei Gas dränen. Gut. Dann können wir zwei... Trank Regeneration machen. Wie viele Red... Red... Redstone brauchst du? Glitzernehmelonen, das haben wir halt nicht. Das ist halt dumm. Ich muss eigentlich noch ein paar packen... Ahhhh... Das ist Lava. Das hat die Sonne. Ich denke, ehrlich, ich sehe noch gerne ein bisschen... Äh... Äh... Haben wir auch das Ende? Hä, was ist das? Durch das Ende. Durch das Ende. Wie ist das Ende? Aber das... Das dürfen wir gar nicht. Äh... 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 Wo du jetzt herst, Trank der Föresistenz ist drin. Äh... Dort eins Rätsel habe ich noch. In demnach acht Minuten. Föresistenz. Eben ja. Und... Ja. Oh, F***. Loll. Ist dir die Aufnahme, dass ich in Minecraft 12 Gigabyte RAM zu... ...zue... 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 Aber es braucht nur 2,3. Eben ja, das... Ah, ich höre gerade das Gast. Ich höre eins. Ich höre eins. Wo bist du? Ich bin mir gerade aufgebaut. Nein, das Gast. Wie lange geht das noch jetzt? Ah, meine Ohren! Deine Ohren oder deiner Augen? Meine Augen. Deine Augen. Ich höre uns ja von hier. Aber mir kann es gar nicht sein. Ich habe das WhatsApp bekommen. Wo ist das Gast? Aufgabe 1 bis 14 hätten wir sollen machen. Bei was? Oh, da ist es ja. Ah, Bauer. Seht es aus, aber es wird mal... Äh... Du bist nicht mal mit mir in Natur. Ich weiss. Wo ist das jetzt der Gast? Ach, du bist du bitte. Hä? Ich weiß leider nicht, wo der Gast ist. Ja, der ist einfach plötzlich weg. Ich habe den Gefühl, dass... Ah, hier. Ich habe ihn einfach getroffen, aber... Hey, hier treffen Lava und Wasser aufeinander. Was ist das? Hey, ich brenne noch, obwohl ich im Wasser bin. Was ist das? Hä? Ich habe keine Gas ranne. Ich habe zwei. Ja, wir brauchen noch mehr. Okay. Äh... Portion of Fire Resistance. Ja, jetzt tust du das Ding rein. Genau. Was muss ich noch rein tun? Äh, nichts. Äh, einfach das... Äh, jetzt hast du noch einen rein tun. Jetzt hast du 8 Minuten, oder? Ja. Nehmen wir mal einen für mich. Ja. Was soll ich noch rein machen? Was muss ich noch rein tun? Äh, nichts. Was soll ich nicht noch machen? Nein, es bleibt nichts. Wir haben nichts. Wir haben kein Slime und nichts. Nein, das ist ja Fire Resistance. Also normalerweise muss man das Slime-Zug haben, oder? Ja, genau. Und wir haben nur eins. Gut. Du hast keine, oder? Nein, ich habe keine. Für was hast du Glas gemacht? Für Flaschen? Ah. Ah. Ich muss auch gleich Kohlen und mein erstes Typ. Äh... Ich glaube, wir brauchen nicht 2 Stacks Nether Wars, oder? Nein. Ja, jetzt kann ich nicht. Äh, warte. Ich muss allgemein ein bisschen Kilder entleeren. Ja, ich muss sicher, dass wir ein Portal bekommen. Ah, ich habe ein bisschen Kilder, aber alles braucht man irgendwie noch. Ja. Ja, satt du. Ah, stimmt, Versäule. Wie mache ich mir einen Angeln? Äh... Fäden und Stock. Andere Rüeble braucht ja noch. Einfach nur 1 Minute. Wo bekommt man Rüeble? Das gibt es auf dieser Map nicht. Äh, noch ein? Ja. Wenn ihr acht, gute Blocke geben, die Cheat, ist mir dann ein Rüeble. Äh... Du musst schon ein paar, das habe ich hier gesehen. Äh... 5... Ich gebe dir 5 Grafikkarten. Okay. Äh... Zack, zack. Jetzt kommen wir... Wirkungsloser Trank. Du musst deine Gas trennen rein. Äh... Äh... Gas trennen... Irgendwann... Wir machen Regeneration... Also der, der weniger hat, oder? Jaja... Also... Jaja... Jaja... Äh... Brauchen wir Spinnen-Log? Okay... Hast du noch 1 Glasflasche, vielleicht? Also 1... Äh... 1 leeres... Wasserflasche? 1 leeres... Nein, 1 leeres... 1 Wasserflasche. Einfach nur, bevor du droppt hast. Äh... Äh... Gut... Kann ich jetzt noch Dinge rein? Äh... Ja, klar... Äh, genau... Kannst du noch recht zu Gold nehmen? Ich habe ganz viel Gold. Ja, easy. Ich mache es eigentlich schon in Block. Weil, dann kann ich... Ich halte so viele Zeug... Müssen wir sagen... Äh... Hast du noch 1 Gold? Zufälligerweise. Oh fuck! Nein! Nein! Das Zeug steht dort! So ist es noch... Ich baue es eigentlich schon gar nicht. Ja, baue es einfach schnell mit... Es kommt hier hinten raus. Es kommt hier hinten raus. Ja, du hast ja Zeit gebraucht, um wieder bei uns zu joinen. Weisst du? Ja... Hast du alles im Inventar? Zufälligerweise. Äh... Drei Tränke. Einen Pranktrauer. Und... Einen Ding, äh... Gas trennen. Solltest du schon. Genau. Gut, dann musst du jetzt laufen. Ja. Gut, dann sagst du wieder eine... Scheiss-Folge. Ja, tschüss. Das ist ein Ding. Das ist ein Ding. Das ist gut. Ich bin ein Ding.